Mein Vater ist genauso wie jeder andere mächtige Mann. Wie jeder Mann, der Verantwortung trägt für andere Menschen. Jedenfalls, wenn ich die Rolle bekäme in diesem Film, dann würde ich ganz schnell wieder oben sein, verstehst du? Dann würde dieser Hollywood-Boss dir geben, was du willst. Ich habe keine Chance. Ich mache ihm ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann. Kennen Sie meinen Vater? Es gibt Leute, die wollen ihn umbringen. Zum ersten Mal interessierst du dich fürs Familiengeschäft. Und ich dachte, du wolltest nie so werden wie dein Vater. Aber ich wollte nie, dass du das alles machen musst. Fredo, du bist mein älterer Bruder. Und ich liebe dich. Aber ergreife nie wieder gegen deine Familie für irgendjemanden Partei. Nie wieder. Michael Francis Rizzi. Sagst du dich los von Satan? Ich sage mich los von ihm. Frag mich nicht nach meinen Geschäften. Ist es wahr? Die Kanone bleibt drin. Die Kanone nehme ich mit. Leute, ich habe immer scraps, ich sehe mich. Ja, ich war nicht nach meinen Geschäften. ter